Musik Also ich, keine Ahnung, ob ich einen großen Schritt gemacht habe oder was ich gedacht habe. Ich wollte eigentlich einfach nur einen trinken. Ich musste aufs Klo, dann bin ich halt in die Krokette reingegangen. Das Publikum in der Krokette, würde ich sagen, ist total unterschiedlich. Wir haben da Bildungsbürgertum. Ich bin gebürtig von hier aus, Ostwestfalen. Ich brauche Bourgeois. Ja, völliger Ranzladen, also... Ich bin so eine Benjamin-Blümchen-Nummer. Citoyenne, alles Mögliche. Ich bereue nicht, dass ich in die Krokette gegangen bin. Jeder Schlagmensch wird eigentlich von mir bewirtet. Ja, da prickelt's in der Krokette. Eigentlich nicht. Fand ich nicht so schön eigentlich, das Ambiente. Die Krokette ist in aller Munde und ich hab sowas einfach nicht. Ich hab keine Angst vorm Pflegende. Also die Airline hat mich fasziniert, weil... Tut auch meinem Ischias ganz gut. Ja, das Flugziel. Ähm, ja, glücklich, wie gesagt. Ich hab, ähm... Das wär, äh... Ich selber hatte wirklich eine sehr glückliche Kindheit. Und das... Da bin ich auch heute noch froh drum. Neue anfangen, ja. Meine Blase ist wie alles von mir. Ist sehr schwierig, wenn man nicht auf Toilette gehen kann, weil... Das ist auch nicht so gut für meine Haut. Kassandra ist jetzt, ähm, seit geraumer Zeit auf der Toilette. Aber ich denke, das ist vielleicht normal in dem Alter. Was ist denn schon normal, Liebchen? Ne, normal ist das nicht. Ähm, der Bernd hat da zum Beispiel so ein kleines Waschbrett hinter der Bar. Und wenn keiner guckt, dann pisse ich einfach da rein, um ehrlich zu sein. Also jeder hat einen Schuss weg, klar. Hallo Freunde, mein Name ist Bernd Flögel. Ich bin promoviert und unter anderem der Besitzer von der Krokette. Und ich würde sagen, wenn euch das Konzept hier gefällt, was wir haben, dann kommt doch einfach mal vorbei. Ich freue mich auf euch. Danke.